Hi zusammen! Wer kennt's nicht? Daheim hängt man das Handy an und es lädt mehrere Stunden. Dann hat man dieses eine Netzteil daheim, mit dem ist es schon in einer Stunde oder weniger voll geladen. Welche Netzteile es überhaupt gibt und wie ihr den perfekten Lader für euch finden könnt, darum soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß! Bevor ich zu den Schnellladestandards komme, fangen wir erstmal mit den Basics an. Diejenigen, die bereits wissen, was es mit Leistung, Spannung und Strom speziell bei Akkus auf sich hat, können gleich zum nächsten Punkt springen, den Schnellladestandards und für die, die damit noch nicht so vertraut sind, hier kurz eine Einführung. Die Größe, um die es am meisten geht, wenn es um Schnellladetechniken gibt, ist die Leistung. Die Leistung wird in Watt angegeben und übliche Größen für Schnellladetechniken sind sagen wir mal 15, 20, ja 30 Watt und in Einzelfällen sogar noch mehr. Und die Leistung in Watt besagt im Endeffekt, wie schnell Energie in euer Gerät gepackt werden kann, also wie schnell es quasi geladen werden kann. Die Leistung setzt sich zusammen aus dem Produkt Spannung mal Stromstärke und genau so müssen wir das auch im weiteren Verlauf des Videos im Kopf behalten. Um euch die Größen Spannung und Stromstärke zu erklären, möchte ich auf die Analogie des Wasserschlauchs zurückgreifen. Denn ich sage mal, die Spannung, mit der wir ein Gerät laden, ist vergleichbar mit dem Druck, der in einem Schlauch herrscht. Der Druck ist quasi die Ursache, dass eine Flüssigkeit zum Beispiel durch den Wasserschlauch strömt. Und um ein Gerät zu laden, wie ein Akku, muss die Spannung des Netzteils höher sein, als die, die aktuell im Akku herrscht. Die gängigen Größen für Spannung, die wir von Netzteilen kennen, sind 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt und 20 Volt. Und die reelle Betriebsspannung des Handys wird sich irgendwo bei 4 Volt zwischen 4 und 4,5 Volt herum pendeln. Und wenn wir uns dann die andere Größe anschauen, die eben die Leistung genauso mit beeinflusst, die Stromstärke. Das können wir uns so vorstellen, wie die Menge an Flüssigkeit, die durch einen Wasserschlauch durchfließt. Also die Menge an Wasserpartikeln, die in einer gewissen Zeit aus dem Schlauch herauskommen. Natürlich fließt dann beim Laden des Akkus kein Wasser, sondern Elektronen. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und generell kann man sagen, da ja P gleich U mal I ist und P eine Zahl ist, die uns Aufkunft darüber gibt, wie schnell ein Akku geladen werden kann, bedeutet das ja im Wesentlichen, dass wir U und I möglichst hoch ansetzen müssen, damit wir eben schnell laden können. Aber natürlich können wir das Gerät nicht mit unbegrenzten hohen Strömen und Spannungen laden, denn da geht es kaputt. Falls euch schon mal interessiert, wo ihr diese Größen Spannung, Strom und Leistung findet, zeige ich euch gleich mal ein Bild von meinem Netzteil. Hier ist zum Beispiel jetzt beim Output sind 9 Volt und 1,67 Ampere eingeblendet, also 9 Volt für Spannung und 1,67 Ampere für den Strom. Oder aber 5 Volt und 2 Ampere. Zumal man sagen muss, dass das die Maximalgrößen sind, die das Gerät ausgeben kann. Und wenn man zum Beispiel mit 5 Volt lädt, kann es durchaus sein, dass sich das Gerät nur an einem Ampere bedient. Und bevor ich jetzt mit den Schnellladestandards weitermache, möchte ich euch noch mal daran erinnern, ein Like da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren. Dankeschön! Okay, nun komme ich zu den Schnellladestandards. Im Wesentlichen haben sich zwei Schnellladestandards etabliert. Und zwar einmal der Standard Quick Charge von Qualcomm und der USB Power Delivery Standard, kurz USB PD. Der Grundgedanke hinter beiden Standards ist ähnlich. Normalerweise, wenn wir mit einem normalen Ladegerät unser Handy laden, dann schließen wir es ans Netzteil an. Das gibt 5 Volt auf unser Handy drauf und das Handy selbst entscheidet, wie viel Strom es denn aus dem Netzteil zieht, um den Akku in der passenden Geschwindigkeit zu laden. Wie wir es doch bereits festgestellt haben, wäre es gut, wenn wir mit höheren Spannungen laden könnten, damit wir eben mit höheren Leistungen laden können. Sowohl bei Quick Charge als auch bei USB Power Delivery werden die Datenleitungen genutzt. So wird dann abgefragt, ob das Netzteil und das Smartphone eine höhere Spannung bereitstellen können. Und dann wird sich darauf geeinigt, mit welcher Spannung denn das Handy geladen wird. So sind zum Beispiel Spannungen wie 9 oder 12 Volt möglich. Genauer komme ich jetzt mal zur Technik in der Quick Charge. Die Gedanke an der Quick Charge ist, immer mit der maximal möglichen Leistung zu laden, die das Gerät aushalten kann. Dafür sind jedoch im Gerät und im Netzteil Temperatursensoren notwendig. Je nach Temperatur also und nach Ladezustand wird dann eben die passende Spannung gewählt, um mit möglichst starker Leistung den Akku zu laden. Und die passende Stromstärke dazu stellt sich dann infolgedessen, dass man die Spannung auf den Akku gibt, eben ein. Einen Überblick über die Quick Charge Standards, die es aktuell gibt, blende ich euch mal ein. Generell kann man sagen, dass die Quick Charge Standards abwärtskompatibel sind. Also man kann zum Beispiel ein Handy, das mit 15 Watt geladen werden kann, zum Beispiel mit Quick Charge 2, auch mit einem Quick Charge 5 Adapter laden, da diese eben abwärtskompatibel sind. Bei USB Power Delivery ist das ein bisschen anders geregelt. Hier gibt es fünf Profile, die unterschiedliche Spannungs- und Stromstärke Kombinationen zuzuordnen sind. Und hier ist der Hauptverantwortliche für die ganze Geschichte das Kabel. Im Kabel ist ein Chip integriert, der sowohl das Netzteil, das Power Delivery kompatibel sein muss, als auch das Smartphone, das auch Power Delivery kompatibel sein muss, gefragt, mit welcher Spannung sie denn geladen werden möchten. Und hier wird eben der maximale gemeinsame Nenner gesucht, zum Beispiel 9 Volt, so dass dann das Netzteil 9 Volt ans Kabel abgibt und dementsprechend über das Kabel dann in 9 Volt ins Handy gehen, damit es mit 9 Volt geladen werden kann. Wichtig ist hierbei, dass das Kabel USB Power Delivery konform sein muss. Und generell sind das nur USB-C Kabel, denn dieser Standard ist nur für USB-C genormt. Sollte man ein Kabel verwenden, das nicht für USB Power Delivery geeignet ist, also ein ganz normales, dummes, sag ich mal, USB-C Kabel, dann kann maximal mit 5 Volt und 3 Ampere geladen werden. Kleines Side-Fact am Rande noch, ursprünglich ist das USB Power Delivery System eigentlich für Notebooks entwickelt worden, die auch mit passenden Netzteil-Kabel-Kombinationen geladen werden können. Und ich sage mal, wenn man ein großes Netzteil wählt und ein passendes Kabel, hat sich das eigentlich so ein bisschen als universal Netzteil etabliert, denn damit kann man auch alle anderen Geräte laden, sofern sie einen USB-C Anschluss haben, also in meinem Fall Kopfhörer, Tablet, Nintendo Switch, Notebook, also alles, was ich im Alltag so verwende. Nun gibt es ein paar Tipps, wie ihr das passende Ladegerät für euer Smartphone finden könnt. Wichtig Smartphone, nicht Notebook. Ich zeige euch das Ganze mal am Beispiel meiner Samsung Galaxy S10e. Hier habe ich einfach mal in einer Suchmaschine eingegeben, Samsung Galaxy S10e schnell laden oder so ähnlich. Da wurde ich auf eine Seite von Samsung weitergeleitet, die mir dann sagt, wenn ich mein Smartphone gefunden habe, dass es maximal mit 15 Watt geladen werden kann. Und wenn man sich ein bisschen mehr auf der Seite umschaut, sieht man, dass es eben kompatibel ist zu Quick Charge. Jetzt kann ich mir quasi heraussuchen, welches Quick Charge denn mit 15 Watt laden kann und komme dazu, dass für mich eigentlich der Quick Charge 2 Standard ausreicht. Dieser wird nebenbei auch in meinem Fall erfüllt von dem Netzteil, das mit meinem Samsung Galaxy S10e mitgeliefert wurde. Also in dem Fall sind das dann 9 Volt und 1,67 Ampere. Jetzt seid ihr gefragt, wenn ihr ein Schnellladetgerät für euer Smartphone braucht, müsst ihr herausfinden, ob euer Smartphone USB Power Delivery unterstützt, Quick Charge unterstützt oder vielleicht sogar beides. Und dann müsst ihr außerdem herausfinden, mit welcher Leistung es geladen werden kann. Ich habe noch kurz zwei Beispiele herausgesucht, und zwar das Samsung Galaxy S21. Das kann zum Beispiel mit USB Power Delivery oder mit Quick Charge geladen werden. Und im Falle von USB Power Delivery schafft es, so wie ich das jetzt im Internet entnehmen konnte, ordentliche 25 Watt. Und ein iPhone 12, iPhone 12 hingegen oder beziehungsweise das iPhone 12 Pro habe ich jetzt herausgesucht, kann mit 20 Watt geladen werden, jedoch nur mit dem USB Power Delivery Standard. Das bedeutet, wenn ich jetzt für das Samsung Gerät ein Quick Charge Gerät nehme oder ein Power Delivery, kann ich mit beiden Ladegeräten das Smartphone schnell laden. Wenn ich jedoch beim iPhone 12, das nur Power Delivery unterstützt, ein Quick Charge Schnellladegerät nehme, dann kann das maximal mit 5 Volt und 2 Ampere geladen werden. Denn so gehen Quick Charge Ladegeräte eben mit Smartphones um, die nicht mit dem Quick Charge Standard arbeiten. Wenn ihr mit einem schnelleren Standard sowohl euer Smartphone als auch euer Notebook laden wollt, ist es ein bisschen tricky. Denn da müsst ihr herausfinden, welche Leistung ihr benötigt, um eben euer Notebook zu laden. In meinem Fall ist es so, dass für mich sogar schon ein 40 Watt USB Power Delivery Netzteil ausreicht, um mein Smartphone, das ist ein Thinkpad zu laden. Jedoch, wenn man sich ein bisschen im Internet rumliest, sollte man das nicht pauschalisieren. Und wenn man sein Notebook ruhig damit laden möchte, fährt man definitiv sicherer, wenn man gleich ein 60 oder 65 Watt Netzteil kauft. Wie gesagt, da diese Netzteile verschiedene Spannungen können, könnt ihr da mit so einem 65 Watt Power Delivery Netzteil auch euer Smartphone, eure Kopfhörer und was auch immer laden, was halt mit USB-C geladen wird. Nun kann es sein, dass sich jemand von euch die Frage stellt, Schnellladen mit hohen Leistungen ist ja schön und gut. Aber kann es nicht sein, dass dann das Handy kaputt geht, wenn man es bei so einer hohen Spannung oder Stromstärke betreibt? Kurz gesagt, bei USB Netzteilen nein. Ausführlicher, wenn wir jetzt mal die Spannung betrachten, die maximale Spannung, die das Smartphone aushält, gehen wir davon aus, das Smartphone kann maximal 5 Volt und kann dabei maximal sich 2 Ampere aus dem Netzteil ziehen. Dann ist die ganze Geschichte so, prinzipiell laden USB Netzteile immer erst mal mit 5 Volt und davon weichen sie bloß ab, wenn sie zum Beispiel eben über Power Delivery oder Quick Charge mit dem Gerät jeweils verhandelt haben, ob auch mit einer höheren Spannung geladen werden kann. Dementsprechend ist auf dieser Seite schon mal kein Problem vorhanden. Wenn wir uns dann die Sachen mit der Stromstärke anschauen, dann stimmt es durchaus, dass bei zu hohen Strömen Geräte sich stark erwärmen und dann dadurch beschädigt werden können. Jedoch ist es dann in dieser Geschichte so, wenn wir jetzt unser Smartphone laden, dann geben wir mit dem Netzteil lediglich eine Spannung vor. Welcher Strom dann tatsächlich aus dem Netzteil gezogen wird, muss also nicht zwangsweise der maximale Strom sein, den das Netzteil bereitstellen kann. Denn wenn wir 5 Volt am Akku anliegen, dann entscheidet das Gerät selbst oder beziehungsweise der Stromkreis entscheidet von selbst, mit welcher Stromstärke geladen wird. Dementsprechend ist es auch hier kein Problem, denn ein Handy wird sich nicht mehr Strom ziehen, als es tatsächlich zum Laden benötigt. Dementsprechend ist es kein Problem, wenn wir ein Netzteil verwenden, das uns 5 Volt Spannung mit 3 Ampere Stromstärke bereitstellen kann, da wie gesagt der Strom sich so einstellt, wie das Smartphone es eben vom Netzteil verlangt. Und wenn das Netzteil mehr bereitstellen kann, dann ist es gut für andere Anwendungsfälle, wo wir diese hohen Ströme eben benötigen. Abschließend kann man sagen, dass diese Geschichten wie Quick Charge oder Power Delivery eigentlich nur dann relevant sind, wenn ihr entweder euer Gerät sehr schnell laden wollt oder aber Geräte unterschiedlicher Leistungsklassen aufladen wollt, wie zum Beispiel ein Notebook und ein Smartphone mit einem und dem selben Netzteil. Um euer Smartphone über Nacht zu laden, reicht eigentlich schon ein ganz billiges Netzteil, das zum Beispiel nur 5 Watt stemmt, wie die Netzteil, die Apple jahrelang bei den iPhones beigelegt hat. Denn wenn man über Nacht lädt, ist es ja vollkommen egal, ob es jetzt zwei oder fünf Stunden auflädt. Wenn ihr jedoch darauf steht, dass euer Handy schon nach einer Stunde wieder voll ist oder ihr aber auch öfters ein Tablet laden müsst und wer ein Tablet hat weiß, das kann manchmal fünf, sechs Stunden dauern mit einem langsamen Ladegerät, dann kann schon ein Schnellladenetzteil schon richtig cool sein. Wenn ihr jedoch sagt, okay ein Schnellladenetzteil ist nichts für mich, dann möchte ich euch trotzdem noch den Rat mitgeben, dass ihr wenigstens 10 oder 15 Euro für das Netzteil ausgebt. Dann riskiert auf keinen Fall, dass euch wegen so einem billigen Netzteil, das keine Zertifizierung hat, euch die Wohnung abbrennt, weil das ist es wirklich nicht wert. In der Videobeschreibung verlinke ich euch noch ein paar Netzteile und auch ein passendes Ladekabel, mit dem ihr USB Power Delivery Geräte nutzen könnt. Generell werde ich euch ein paar Power Delivery Geräte in verschiedenen Leistungsklassen verlinken. Ich denke, wenn man das Smartphone vorher zu laden und andere Kleingeräte reichen 30 Watt vollkommen aus. Wenn man aber zum Beispiel dann vorhat, einen Nintendo Switch zu laden, Notebooks zu laden und auch Smartphone und Co zu laden, dann würde ich schon zu einem 65 Watt Netzteil greifen. Aber wie gesagt, Quick Charge Power Delivery Netzteile und ein USB Kabel verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da oder beides. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.